Musik Der Uwe, der Uwe war ein kleiner Arsch. Adam nimmt uns wieder mit. Ja, das war Flint. Wie mache ich mich? Akjulf meint, du bist zuverlässig und man kann dir vertrauen. Du hast gute Arbeit geleistet. Meine Stimme ist dir damit auch sicher. Orthan verdankt dir sein Leben. Die Stimme hast du dir, wie es scheint, richtig verdient. Gorok will dich unbedingt hier im Lager haben. Mit dir machen wir keinen Fehler, hat er gesagt. Weiter so. Das reicht noch nicht mal. Das würde noch nicht reichen, ne? Krass. Hier hat doch gerade einer auf der Bank gehockt. Wo ist denn der jetzt hin? Ich glaube, ich habe es gefunden. Kannst du ein Haustier oder ein Spielzeug verkaufen? Ich glaube, es gab aber auch einen Erfolg dafür. Wegen der Aufnahme. Beschwende nicht meine Zeit und erledige deine Aufgaben. Das hätte ich dir vorersagen können. Kämpfer, Kämpfer. Hä? In Södland will ich bestimmt nicht. Der sieht doch aus. Der sieht halt aus wie einer aus dem alten Lager, ne? Ich weiß nicht, wen Pommes gemeint hat. Ich sehe hier keinen. Jorik, Ying, wie auch immer. Irgendwas mit Jod. Ich möchte mich dem Lager anschließen. Oh, der hatte noch eine Aufgabe. Ist das so. Flynn scheint dir zu vertrauen. Dann tue ich vorerst das Gleiche. Also, kannst du was für mich erledigen? Was soll's sein? Mir gehen einige Vorräte zur Neige. Ich brauche deswegen jemanden, der ein paar Sachen abholt und sie mir bringt. Alles klar. Welche paar Sachen wären das? Pass jetzt gut auf. Zuerst sollst du zum kleinen Bauernhof gehen und dort Brote und Fleisch von Karl abholen. Jeweils zwei Dutzend. Dann gehst du zum Steinbruch und holst eine Kiste fertig gemeißelter Steine von Dick ab. Er wird dir eine Probe geben, die wir hier untersuchen. Gehe anschließend zu Wieland, dem Schmied in der Stadt. Er wird dir drei Werkzeugkisten geben. Keine Sorge, sind noch zwei weitere Sachen. Danach gehst du südlich der Stadt zu Jürgen, dem Holzfäller, und holst Bretter ab. Zwei Bündel. Der wird schon wissen, wie viele das sind. Das ist also wie ein Parkesel. Und schließend gehst du den ganzen Weg runter zum Hafen und bringst mir von Isere 50 Fische. Den ganzen Weg runter zum Hafen. Ach, und noch einen schönen Gruß von mir. Gibt es denn alles umsonst? Nein, hier hast du die Roperi. Damit solltest du klarkommen. Okay, ciao, wir sehen uns nie wieder. Wie viel kriege ich denn da jetzt? Und noch eins. Wenn du glaubst, das ganze Geld behalten zu können, dann solltest du dich gut verstecken. Mein Leben hängt davon ab. Also lass dir nicht viel Zeit damit. Ich werde mein Bestes tun. Tausend Roperi! Aber siehst du, Holzfäller Jürgen, also war es doch richtig, ne? Ich habe ja noch gesagt, bei der Holzfällerhütte weiter geht es vielleicht zum Hafen. Und es scheint zu stimmen. Also ich muss jetzt quasi eine komplette Rundtour machen. Bis runter zur Stadt, hinten wieder raus und zum Hafen. Aber dann komme ich wenigstens mal zum Hafen. Und da ich, glaube ich, mit Karl anfangen muss, kann ich mich ja dort mal hin teleportieren, würde ich sagen. Da benutze ich doch jetzt mal so eine Schriftrolle hier. Haben wir uns ein bisschen Lauferei gespart. Komm mal, Boy, ich muss mir was abholen hier bei dir. Hey, du! Stash schickt mich. Ich brauche zwei Dutzend Brote und Fleisch. Gehen ihm wieder die Vorräte zur Neige? 200 Roperi macht das dann. 150 Roperi und wir sind im Geschäft. So geht das nicht. Ich verkaufe nur für 200 Roperi. Ich gehe keine Münze runter. Verstanden? Verstehe. Hier hast du 200 Roperi. Man kann es ja mal versuchen, ja? So. Bauernhof Karl haben wir. Check. Ähm. Dann zum Steinbruch noch. Steinbruch. Immer auch da hinten. Ach ja, da Felix wieder. Eines Spieler. 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 Ich finde es auch cool, dass die ein paar andere Tiere reingemacht haben. Die gab es halt im Original Gothic gar nicht. Katze ist zwar sehr wild, weil die ausliebenden Bluthund, aber... Steine habe ich auch, check. Und anschließend drei Werkzeugkisten von Wieland, dem Schmied in der Stadt. Also jetzt wieder in die Stadt. so ein Sprint wäre schon nice, ne? So. Trag der Geschwindigkeit ist Intus. Wir können jetzt 5 Minuten sprintern. Ich hoffe, ich sprintern nicht ausgesehen von einer Klippe runter. Ist man mit der Speedmod noch schneller als Sprinten? Ne, ne? Ist dann wahrscheinlich die ganze Zeit so ein Sprinten hier. Wo muss ich denn hin? Hier lang? Ne, eigentlich nicht darüber, oder? Bitte lass mich auf dem richtigen Weg sein. Imagine, ich sprinte jetzt voller Möhre einfach in die falsche Richtung. Das wäre richtig scheiße. Aber das da vorne sieht doch nach Stadt aus. Auf dem Bauernhof musste ich jetzt gar nicht, ne? Einmal um die Erde. Achtung, außen Weg! Ich komme angesprintet! Bin da! Ab zum Schmied! Warte mal! Ich bin wahrscheinlich gerade falsch. Bei wem? Dem Schmied von Wieland? Dem Schmied in der Stadt. Fabi? Fabi? Wieland? Wieland, Wieland. Wieland ist... Ach, das ist doch der, der im Abendviertel unten hockt. Oder? Hui! Glaub' ich zumindest. Also, ihr könnt nichts sagen, aber mittlerweile kenne ich mich richtig gut aus, oder? Ich hoffe, der heißt wirklich Wieland. Bin mir jetzt nicht sicher. Ansonsten wüsste ich nicht, welchen Schmied in der Stadt die noch meinen könnten. Juhu! Die kochen wir durch die Zölle schon mal. In Überseerhand, hier kann man sowas nicht machen. Bitte heiße Wieland, besser heiße Wieland. Jawohl. Da heißt Wieland. Stash schickt mich. Ich suche drei Werkzeugkisten. Ah, für Stash. Wir sind gleich hier. Wie viel soll der Spaß kosten? 400 Ruperi, wie immer. Kann man da nicht was machen? Für 350 Ruperi würde sich Stash freuen. Für Stash bin ich schon mit dem Preis runtergegangen. Da kann ich nichts mehr machen. Alles klar. 400 Ruperi sind gut genug. Wie viel habe ich da jetzt schon bezahlt? 600, ne? Nicht, dass ich am Schluss wieder drauf zahle. Das darf ich ja auch nicht vergessen. Also 400 Ruperi habe ich noch. Der hat mir so Hoffnung gemacht, falls am Schluss was übrig bleibt, ne? Es wird wahrscheinlich gar nichts übrig bleiben. So, dann sehen wir ja gleich mal was Neues. Obwohl, das Kloster war heute auch neu. Kloster war auch neu. Und wir lernen dem Hunter, die Taschen war auch neu heute. Ich muss da den ganzen Weg auch wieder zurück. Aber eigentlich muss ich ja nur bis in die Stadt und dann kann ich mich wieder hinlassen. Ah, oh. Das, jetzt sind 5 Minuten um. Hat gut gehalten. Hat, war gut. Ich glaube, ich muss meine Wut über den Ruperi-Verlust noch an ein paar unschuldigen Scavengern auslassen. An jungen, unschuldigen Scavengern. Ich müsste mal Fleisch braten. Ich habe nichts mehr. Oh Gott, jetzt weiß ich ja gar nicht, was darf ich denn essen und was nicht. Was hat er mir vorhin gegeben? Fleisch und Brot, glaube ich, ne? Gott. Ein Elend, ich sag's euch. Dieser Hunter, der will froh sein, wenn er dann endlich wieder, äh, seinen abgesandten Scheiß machen kann. Oh, das war ein One-Hit. Oh, das war ein One-Hit. Jürgen, ich bin da. Hä, ist das jedes Mal neu hier? Mit dem Steckbrief und so? Aber diesmal kann ich kein Deutsch rausziehen. Schade. Hey, du. Der schickt mich. Was gibt's denn? Ich brauche zwei Bündel Bretter. 200 Ruperi und wir sind im Geschäft. 150 Ruperi und wir sind im Geschäft. Und wenn nicht? Dann gehe ich selbst in den Wald und fälle paar Bäume. Haha, der ist gut. Überredet. 150 Ruperi gehen auch. Hier hast du die Bretter. Okay, eventuell habe ich schon 50 Ruperi jetzt verdient. Hey. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oh, der hat mir Holzscheite gegeben. Okay. Alles klar? Dank dir. Triss hat mich aufgenommen, bis sich die Lage beruhigt hat. Ach, das war ja der. Ah. Jetzt weiß ich wieder, was das war. Na guck, der hat mir Holzbretter gegeben. Ja, da hätte ich doch gar nichts kaufen müssen jetzt. Naja, vielleicht kann ich der für irgendwas anderes noch gebrauchen. So, wir nähern uns jetzt unbekannten Terrain. Und wir haben keine Begleitung dabei. Ich habe keine Ahnung, wie weit ihr siehst, bis zu dir hafeln. Und das sind natürlich ausgewachsene Skepp... Hallo? Kämpfe bitte ordentlich, Hand hat. Er kämpft nicht ordentlich. Das ist halt auch nicht so einfach. Achso, man hätte vielleicht erst den Jungen hauen können. Nur so eine Idee? Habe ich irgendwas Schönes? Und mal, ich habe hier noch einen Topf. Selma ist ein Topf. Morbots Hammer, Wirkung unbekannt. Nee, das haben wir ja für jemand anders geholt. Ja, so schnell kann man Geld verdienen. Einfach feilschen. Mach ich demnächst auch. Wenn ich irgendwas bezahlen muss. No, der hüpft einfach zur Seite. Glaubst du nicht? Die ist einfach... Die ist einfach gedodged. Äh, Blutfliegen. Wo muss ich denn hin? Links oder rechts? Ach du Scheiße. Eine Weggabelung. I don't know. Wo muss ich lagen? Ist es heiße? Runter zum Hafen. Oh. Runter. Da geht's hoch. Okay, ich schreien einfach gerade aus. Ich habe keine Lust, gegen Blutfliegen zu kämpfen. Die vergiften mich, die Pösen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen. Warte mal, renne ich gerade wieder zurück, ne, oder? Alter, wie ist der raschelt. Hallo, Hafen? Wo? Renne ich gerade im Kreis vielleicht? Komme ich jetzt gleich wieder über den Blutfliegen raus? Es fühlt sich so an, als würde ich im Kreis laufen. Es hat sich nicht nur so angefühlt. Ich bin tatsächlich im Kreis gelaufen. Okay, warten Sie. Der Träuber? Komm doch. Kannst du mir gar nichts. Aber wo muss ich jetzt lang? Und was ist denn da oben? Und wie komme ich da hoch? Wie? kommt man da hoch ist ja nix zum hoch kommen ich dachte ich latschte einfach runter zum hafen da bin ich da aber irgendwie bin es sonst wo gelandet immerhin haben wir die goldmine hey du ist hier neulich ein novice vorbeigekommen nicht dass ich wüsste was machst du hier ich bewache die wege zu goldmine und dem haben kannst du mir bitte den weg in richtung hafen zeigen bitte wie kommt man denn regulär hier hoch wenn man nicht gerade den berg hoch springt schluss verkehr ja wieder laufen gar nicht los rennen einfach zum hafen das wird lustig ja oder hier ist ein sumpf ja was soll schon passieren ist halt auch feinstes wetter ne richtig schönes wetter wenn ich jetzt hier runterhüpfe ich hoffe ich sterbe nicht weil es irgendwie zu hoch ist oder so hantat mach uns jetzt nicht unglücklich bitte ah zum glück ist ja auch vorsprung gelandet okay ich laufe jetzt hier lang einfach einfach durch jetzt hantat kannst du auch ein anderer mal bekämpfen glaube ich ah die kleine Mistmorde sag mal wie lange sind die denn hinter mir her bin ich überhaupt richtig I don't know Radfahrwetter wie lange das gedauert hat bis ich den freien weg zum hafen hatte am besten rennen einfach rennen mach ich doch schon mach ich doch schon hast du mir gar nichts zu sagen wie weit ist der denn bitte oh weh ich hab dann dort keinen der mich irgendwie schnell teleportieren kann Pisswetter ey oh hier ein Tor ach du zack boah Gebiet hallo 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 was ist du bist dabei den Hafen zu beklären und das Seemanns kackt nicht überall herum und verbrauchsaug und keinem Geschick geht nenne ich also nach es könnte sein dass dir plötzlich etwas fehlt oh Gott ist das alles ja und wenn du niemand versuchen musst hast du hier auch nichts verloren Schiffe laufen sowieso nicht auf übertreibst du nicht etwas übertreibst du nicht etwas absolut nicht und sie mögen das vielleicht anders sehen aber ich traue diesen dreckigen was ist denn im Hafen los seitdem keine Schiffe einlaufen lungern die Seemänner überall rum niemand weiß wie lange dieser Zugang hat zu willst du mich aufhalten nein nein was du nicht lassen kannst oh wir kriegen wieder eine Rundführung also das ist nochmal so eine große Stadt nicht stehen ihr ernst also die Leute von dieser Mod ja die haben sich echt ordentlich Mühe gegeben mein lieber Scholli ist das nicht hübsch da bin ich ja noch Eonen mit beschäftigt so warte mal ich habe hier ich habe ja hier noch Butterfleisch Safety first man weiß ja nie also eigentlich will ich nur schnell die Fische abholen und ich hoffe dass ich irgendwie auch so ein Teleport Dings bekomme stehe ja nicht so rum das ist ungemütlich aber wo du schon stehst bring mir mal meine Laute dann mache ich uns ein bisschen Musik hopp hopp sie steht hinter der Ecke hier der lockt mich doch in der Falle warum soll ich zum Glück habe ich gespeichert pass mal auf hier hinten wartet bestimmt ach ne hier ist eine Laute hey ich habe gar kein Vertrauen mehr hier hast du deine Laute danke ach ja ich bin übrigens kro bleib doch ein bisschen bei uns okay das waren einfacher 50 Erfahrungspunkte ach vom Schlösser knacken verstehe ich nichts ne 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 das war auch schön bei Gothic 2 wo man am Anfang erstmal die Dätter abgesucht hat ich muss hier alles sorgsam aufschreiben was hier gelagert wird hinzu kommt was an die Stadt geschickt wird außerdem muss ich nebenbei noch aufpassen dass keiner hier nachts das Lagerhaus plündert kann ich dir irgendwie bei deiner Arbeit helfen du willst den ganzen Tag hier auf das Lagerhaus aufpassen kommt gar nicht in Frage am Ende fehlt die Hälfte und ich bin der Dumme der sich vor Jeff rechtfertigen darf aber du könntest mir einen kleinen Gefallen tun aber nur ganz klein was kann ich für dich tun ich vermisse seit gestern den Schlüssel für mein Lagerhaus du vermisst deinen Schlüssel ist das überhaupt möglich dass ein Rekrut dem eine solch wichtige Aufgabe übertragen wurde seinen Schlüssel verliert mach dich nur über mich lustig also suchst du jetzt meinen Schlüssel oder nicht ich werde dir helfen gut ich schlage vor dass du zuerst in die Kneipe gehst und den Wirt fragst ob er etwas weiß ich glaube dass ich meinen Schlüssel noch hatte bevor ich in die Kneipe gegangen bin danach war er nicht mehr in meiner Tasche wer hat denn auf das Lagerhaus aufgepasst als er in der Kneipe war wie geht's ich habe keine Zeit zum reden wenn niemand auf die Lagerhäuser achtet kommen Langfinger wie du noch auf die Idee ihre Nase hinein zu stecken denk also erst gar nicht dran ist ein Langfinger was wird hier überhaupt gelagert das weiß ich nicht so genau ich bin ja schließlich nicht der Lagermeister ich wurde zum bewachen eingeteilt alles klar das ist alles klar aber ich muss wachsam bleiben ich ich ein Langfinger Gibt's dir was zu holen? oh der steht schon wieder auf willst du was von mir? besonders gut spielen tust du aber nicht ach was wenigstens bringt das in unserer Situation ein wenig Unterhaltung das Leben kann ja schon mal sehletriss werden ach dann ist gesagt oder? wieso? ist neu hier oder? so ziemlich habt ihr hier eigentlich nichts zu tun? nein seitdem keine Schiffe mehr kommen nicht mehr wir sitzen hier und lassen uns den Wanst bräunen im Lager wimmelt es schon von Spinnennetzen mein Ruf eilt mir voraus die Ramona hat mich verpetzt genau so ein Ding ist das nämlich so Kontor Hallo? Hallo? meine Meinung kennst du ja schon habe ich ganz auszusehen eingesteckt wollte ich gar nicht ja also wenn die sagen ich bin Langfinger dann will ich die natürlich nicht Lügen strafen ne? nichts neues ach wäre das schön wenn man so eine Karte einfach einstecken könnte das ist die Karte vom Hafen könnte sich auch einfach ein Screenshot so machen wenn was an der Wand hängt dann bräuchte man sich keine Karte kaufen Lass uns mal abwarten was daraus wird Lass uns mal ab eine Flöte das kommt bestimmt gleich inner und denkst du die Tür immer bringen was? es ist ja jetzt nicht meine Schuld wenn die hier huch oh nein schon wieder ich habe schon wieder ausgesehen auf die linke Maustaste gedrückt Scheiße ach Manu ich höre Kakerlaken Hallo? hey du wie geht's? oh ganz gut im Moment ist ja schließlich nicht besonders viel zu tun nur die Fahrten der Fischer müssen noch dokumentiert werden und wie jeder hier weiß gibt es in Asu nur einen Fischer erzähl mir mehr über deine Tätigkeit es ist eigentlich ziemlich einfach mein Chef Hansarje und ich kontrollieren alle Schiffe die ein- und auslaufen wenn die Berichte geschrieben sind kommen sie in die Stadt außerdem ist Hansarje dafür verantwortlich dass hier im Hafen alles rund läuft erzähl mir mehr Hansarje kann dir sicher mehr erzählen wie geht's? auch ganz gut und wie jeder also zumindest will er mir nicht aufs Maul hauen weil ich hier drinnen bin schon mal ganz gut die Mächer von Hansarje darf niemand betreten verschwinde warum bewachst du Hansarjes Räume? er ist der wichtigste nicht-militärische Mann im Hafen solange ich hier bin wird niemand seinen Drecksfinger in Hansarjes Schätze stecken den ganzen Tag hier zu stehen ist bestimmt langweilig für mich ist es eine Ehre Langeweile würde bedeuten dass ich unachtsam bin oh sind wir etwa krank ich könnte dich trotzdem eine Zeit lang ablösen damit du dich ausruhen kannst nein ich werde meinen Platz nicht verlassen meine Meinung kennst du ja schon schläfst du nie? du denkst wohl du könntest in einem Moment meiner Schwäche an mir vorbeischleichen das kannst du vergessen schlafen wirst du mich nicht vorfinden ich könnte dir helfen schon wieder eine neue Idee wie du mich hier wegbekommen kannst? nicht doch ich dachte nur gegen deinen starken Husten würde ein guter Hustensaft helfen soll ich dir einen besorgen? Hustensaft hört sich gut an doch wo ist der Haken? es gibt keinen dann bringen wir das Zeug her mach mal ein bisschen Schlafsaft rein oder? na guck mal mal was der wo im Norden ein Sumpf sei was der so in seinem Lager hat die kochen wir durch die Zölle schon weich und dem muss ich mir jetzt ein Bier kaufen ne? natürlich auch etwas härteres und wenn der Hunger kommt auch etwas kleines zu essen außerdem gibt es bei mir einen guten Eintopf für einen Plausch bin ich auch jederzeit zu haben alter Kraselstruppe lass uns mal abwarten zeig mal was du hast ja ich brauche ein Bier für den Mönch aber was denn hier das hier wahrscheinlich ein Seemannstropfen soll ich mal ein bisschen was verkaufen hier die Sicheln hatte ich war gut dass die Sicheln nicht verkauft habt ne? die haben ja tatsächlich Sinn gehabt das liegt doch auf der Hand ach guck mal jetzt kosten hier kosten die Fälle jetzt wieder plus 2 hä wo habe ich denn wo hätte ich denn vorhin 10 bekommen? irgendwo hätte ich vorhin 10 bekommen genau das habe ich auch gesagt was gibt's zu erzählen? du hast ja sicher schon mitbekommen dass hier alles voller Seemänner ist es laufen ja keine Schiffe aus deswegen sitzen sie hier fest unanständiges Pack ist das und ein ständiges Pack wegen mir können sie noch so lange bleiben bis ihr Geld weg ist erzähl mir mehr klar es gibt im Moment Gerüchte dass Piraten Seeräuber vor der Küste die Handelsschiffe versenken der König hat noch nichts unternommen aber das sind nur Gerüchte viel interessanter finde ich aber dass Hanse angeblich bald an den königlichen Hof gerufen werden soll mal schauen wen wir dann bekommen werden genau das habe ich auch gesagt genau das habe ich auch gesagt genau das habe ich auch gesagt ich habe ihn hier wie bist du da dran gekommen? wer geht da denn schon vor allem nicht hin? der hat ihn mir einfach mit den Ropere für sein Bier gegeben du kannst ihn haben wenn du willst gib ihn unserem Lagermeister wieder wenn du willst ich habe keine Verwendung dafür wie läuft das Geschäft? das ist das Ökland will ich bestimmt nicht momentan nicht sonderlich gut warum nicht? weißt du neuerdings sind einige meiner Gäste äußerst gewaltbereit zuerst sind sie ja noch recht friedlich aber wenn der Alkohol dann seine Wirkung entfaltet haben sie noch weniger Verstand als sonst der geringste Einlass reicht schon und ehe ich mich versehe ist schon eine heftige Schlägerei entstanden das Problem ist jedoch dass die Gäste mir dabei die ganze Kneipe zerlegen und das meine ich ernst dabei geht ständig was kaputt Tische, Stühle, die Einrichtungen und vieles mehr ich bin dann natürlich der Dumme der dann alles reparieren kann was nicht gerade billig ist achso das war nur als ich ins Inventar geguckt habe so oh wie enttäuschend schon wieder eine Tanja ach ne die vorhin ist Tatjana wenn du etwas bestellen willst such dir einen Platz ich komme dann zu dir nun lass mich durch ich habe zu tun ja bedienst du hier ganz alleine? ja, was meinst du warum ich so gestresst bin? ein Bier nach oben, drei Schinken an den Tisch hinten rechts so geht das den ganzen Tag morgens heißt es dann noch sauber machen und abrechnen Lever hat es hinter seinen Tresen echt gut der faule Hund kann ich dir helfen? du? nein du könntest höchstens unsere Kunden umbringen dann käme ich zur Ruhe hehehehe hehehehe okay hier sitzt ja einer ich wollte gerade sagen, die hat doch gar niemanden hier da musst du ja wieder aufpassen, dass du nichts einsteckst außer sehen wer bist du? Zef und jetzt lass mich mein Bier trinken ich brauche keine Gesellschaft okay Zef der arme Kerl kann einem leid tun ich würde auch gerne Fleisch braten aber ich habe keine Ahnung wie viel Fleisch ich dann also wohl ich könnte einzeln braten, ne? naja mache ich das später, wenn ich alles abgegeben habe mit mir kann man sowas nicht machen der war doch stürzbetrunken der war doch stürzbetrunken ach guck, jetzt steht da ein Rekrut vorm Eingang tja, hätte der mal vorhin dort gestanden dann hätte ich vielleicht nicht aus Versehen alles einstecken können was da in dem Raum lagten ich habe hier deinen Schlüssel wo hast du den her? hatte Lewa ihn? ja, er hat ihn mir einfach gegeben gut, vielen Dank du hast mir echt geholfen ich habe hier was für dich dieser Silberpokal kam hier mal vor Jahren mit dem Schiff an er geriet wohl in Vergessenheit aber er stand schon so lange im Lagerhaus dass ich ihn dir geben kann für das was du für mich getan hast ich schätze mal mit dieser Karte kannst du mehr anfangen als ich ich kenne mich hier schon gut genug aus ach, der gibt mir jetzt einfach eine Karte vom Hafen toll was hab ich denn hier eigentlich? ach so, die Kiste mit gemeißelten Stein toll ich dachte, ich hatte jetzt ganz kurz also so kurz hatte ich jetzt die Hoffnung dass ich eine Karte von Asun kriege hehehe aber ja das war halt, ne? wir haben es jetzt schon wieder so dunkel 21.47 Uhr okay, irgendwo ein Strohbett vor mir hallo? kriegt doch sie uns wieder aufs Maul kann ich mich einfach oben auf dem Dachboden in das Bett legen? ja, ne? machen wir mal einen Schlummi bis zum nächsten Tag sonst finde ich sie doch alle nicht oh, wie gern würde ich das ganze Bier hier einstecken aber dann haut der Sef mich bestimmt Sef, was sagst du dazu, wenn ich mir jetzt ein bisschen Bier nehme? das steht halt auf dem Tisch rum okay, das Bier hat den Sef schon mal nicht interessiert wo bleiben denn die Schiffe Gesundheit! eine Katze hat grad genießt und das? das interessiert ihn auch nicht? cool hier steht sogar Silberteller ich trau mich nicht ich geh erstmal schlafen ach, guck, die ist hier oben ach, das ist dein Reich ja, kannst ganz zu mir ins Bett kommen, Tanja, wenn du willst ich wärme dich du hättest mit dem Schlüssel auch erst blinden können und ihn danach abgeben so aber das war's mit Tipps für heute ne, ich wollte das ja gar nicht ich will ja nicht alles leer räumen es sei denn, du hättest irgendwas Tolles gegeben für mich dann ist das natürlich ärgerlich im Nachhinein aber ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Klauschwein ich nehme nur das, was ich brauche mach's gut, Pommes dem hatte ich schon gesprochen, oder? der war oben ja, das war der, der oben war hallo, du Fuhr der hat schon nicht gesprochen ich brauche das nicht zu fragen ich brauche das nicht zu fragen hey, Rekrut wer bist du, dass du es wagst mich so anzusprechen du stehst vor dem stellvertretenden Kommandant des Hafens Obatia ist mein Name solltest du den Eindruck, den du bei mir hinterlassen hast noch aufbessern wollen so könntest du mir einen kleinen Gefallen tun um was geht es bei dem Gefallen? vor einigen Wochen habe ich mir bei Pater Jorge ein Buch geliehen, dessen religiösen Inhalt ich nun analysieren soll auf dem Weg von der Stadt hier hin muss es mir aus der Tasche gefallen sein ich muss dieses Werk wieder beschaffen es ist ein Heiligtum und ich soll es suchen ja, ich habe zwar bereits meine Männer suchen lassen aber sie haben nichts gefunden es müsste irgendwo am Wegrand liegen oder bei der Brücke genau das habe ich auch gesagt selbst kann ich leider nicht weg meine Pflicht bindet mich bring mir dieses Buch und Adanos wird dir wohlgesonnen sein man muss eben aufpassen, was man darum erzählt na toll so, wer steht jetzt hier unten? ein Igor alter Mann hä? der sieht dran schalt aus ich bin Igor, Captain Igor jedenfalls war ich es einmal vor vielen Jahren befertigte ich das stolzeste Schiff der ganzen königlichen Flotte es gold als unthinkbar erzähl weiter die Bootwände waren aus ornstarken Eichenholz jedenfalls sollten sie das sein eines Nachts wurden wir eines besseren belehrt während eines heftigen Stürmes prallten wir gegen die Insel dort draußen ich konnte mich gerade noch an einem Felsen der Insel festklammern und wurde von einem Fischer gerettet meine Mannschaft hat es nicht geschafft sie wurde von der Strömung mitgenommen seit diesem Tag lebe ich hier ich habe dem Meer geschworen dass ich es im Auge behalte und alle Schiffe vor seiner Tücke warne selbst wenn du mich jetzt anflehen würdest wieder ein Schiff zu besteigen ich würde hier bleiben und wache halten erzähl mir noch eine Geschichte aus deinem Leben gerne kennst du Borama nein wie auch es ist eine Stadt am Ende des Reiches lange galt sie als Stadt der Piraten und Verbrecher die sich dort sicher fühlten weil Borama einfach zu abseits der königlichen Truppen lag es gab zwar keine Möglichkeit die Stadt zu überwachen doch war ihr Hafen nur durch einen Fluss zu erreichen den wir, damals war ich noch Offizier an Bord der Nessebi zwei Monate lang kontrollierten irgendwann irgendwann wurde es das Gesindel leid sich in der Stadt zu verstecken und versuchte einen Ausbruch ein Teil der Schiffe gelangte es bei starkem Wind auch uns zu entkommen trotzdem machten wir einen großen Fang Klaus Altungs Schiff war zwar eines der ersten die entkam doch hatten wir zuvor einen unserer Männer dort eingeschleust er hatte das Ruder mit Blei begossen und das Schiff so manövrierunfähig gemacht zwei Tage später sammelten wir die gesamte Mannschaft auf offene Meere ein wir hatten einen der bekanntesten Seeräuber gestellt Schade gab nur einmal Erfahrung das liegt auf der Hand Lufa war ja klar dass der Bücher verkauft zeig mir deine Ware der war doch sturzbetrunken Geheimnis der Gifte grundlegende wissenswerte Grundlagen zu giften hm ich hätte gern so eine Giftresistenz mich fragt ja keiner weiß es aber nicht ob ich die kriegen kann Zeit Ware 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 was auch immer du suchst ich habe es oder ich kann es besorgen sag mal dich habe ich hier noch nie gesehen bist du neu ja bin mit Pamela gewaschen mal einen Blick auf mein Angebot wenn du Interesse an einem kleinen Job hast weißt du ja wie du mich findest was soll das für ein Job sein willst du die Hintergründe wissen klar mit dem letzten Schiff war ein fremder Händler hier im Hafen und hatte äußerst seltenen roten Tränenpfeffer im Angebot mir war sofort klar dass das eine sichere Sache sein müsste und ich hatte bereits einen guten Preis ausgehandelt als Olof dieser Bastard plötzlich dazu kam er überbot mich kurzerhand und ich stand mit leeren Händen da da keine Schiffe mehr kommen wird der Pfeffer nun Tag für Tag mehr wert Olof lässt ihn jetzt so lange im Lager stehen bis er sich eine goldene Nase verdient wo komme ich ins Spiel nun wenn du mir einen Sack diesen Pfeffers besorgen kannst zahle ich dir den gleichen Preis den ich auch dem Händler bezahlt hätte 100 Ruperi wenn du ja sagst 10 jetzt und 90 wenn du ihn mir gebracht hast selbst könntest du den Pfeffer nie verkaufen also denk erst gar nicht dran ihn selber verkaufen zu wollen denk ruhig ein wenig darüber nach wenn du eine Entscheidung getroffen hast komm wieder ich mache den Job gut hier hast du die ersten 10 Ruperi hast du sonst noch Fragen denkst du die Türme bringen was woher soll ich den Pfeffer bekommen nun dafür bezahle ich dich doch aber an deiner Stelle würde ich mal den Lagerarbeiter sprechen was ist an diesem Pfeffer so besonders komm mit dem Sack wieder dann werde ich dir mal ein Korn geben glaub mir dann weißt du es ein Korn ich gehe jetzt komm bald wieder mit mir kann man sowas nicht machen okay jetzt verstehe ich wieso ich das Lager vielleicht hätte ausräumen sollen kann man rüber ich habe die beste Ware im ganzen Hafen probier mal einen meiner saftigen Äpfel mhm wirklich sehr gut sag ich doch also merke dir wenn du etwas brauchst kommst du zu Isere ich brauch deine Fische Starr schickt mich da geht der da schon freiwillig hin es ist nicht fein eine Dame zu versetzen ich bin hier um 50 Fische abzuholen außerdem bestellt er schöne Grüße auf seinen Gruß kann ich verzichten und jetzt verlangt er von mir auch noch Waren also ich weiß nicht was zwischen euch gelaufen ist es interessiert mich recht wenig ich bin nur hier um die Waren abzuholen der Job ist mir sehr wichtig da ich irgendwie auf Messers Schneide stehe gut ich habe die Waren hier und werde sie dir für 200 Ruperi verkaufen ist das nicht billiger? 170 Ruperi? nur unter einer Bedingung ich höre überreiche Stash diesen Brief von mir alles klar 80 Ruperi verdient wup wup irgendwas Neues im Sortiment sie selbst ich habe es billiger bekommen Beutel voll Reis den kippen wir jetzt um den man Simon Simon alles klar ein freundliches Gesicht ist selten in diesen Zeiten ich bin Simon der Fischer was macht die Menschen so missmutig es ist das andauernde Ausbleiben der Schiffe hier im Hafen wir sind hier viel Abwechslung gewohnt aber ohne Schiffe kommt kein Leben in die Stadt die ganzen Seeleute die hier rumgammeln ziehen die Stimmung nur noch weiter nach unten das ist der einzige Fischer von dem die vorhin gesprochen haben ist das gleich Rouladen ja ist okay Milot ist okay was machen die denn hier? wieso läuft der hier auf dem... das ist aber ein Flegel hier nichts boah da drüben sind kleine Hütten am Strand irgendwann schwimmen wir da mal rüber und werden bestimmt von diversen Waranen und Feuerwaranen gefressen hier die wissen nicht so richtig wo die langlaufen sollen kann das sein? was machst du hier? ich bin Bote wenn du keine Botschaft erwartest geh wie läuft die Arbeit? naja früher war ich dauernd unterwegs bin mit der Arbeit kaum nachgekommen und jetzt sitze ich hier den ganzen Tag und warte auf einen Auftrag wenigstens kann ich einmal wöchentlich den Lagebericht zustellen und ab und an dann hat Jaromin auch was zu tun wie Leutner ach da würden wir einfach mal erzählen ach ich hab jetzt ein paar noch nicht getroffen irgendwie noch mal da hinten lang glaube ich also ich hab jetzt Namen gehört die ich noch nicht gesehen habe meinte ich quasi damit wo ist Hörer schon wieder? Flammen? Hallo? was ist denn hier? wetten? lass uns mal abwarten was daraus wird das hätte ich dir vorher sagen können das kann ja nicht ewig sein oh oh wieso hat die abgebrochen als ich das genommen habe? hat die das mitgekriegt? wo sind die denn die sich hier unterhalten? ich sei sie hallo wo denn? ist da niemand? da steht jemand hey was ist los? suchst du vielleicht ein neues Boot? ich baue mit meinen Männern die besten in ganz Assuno das ist besonders günstig nein was soll ich mit einem Boot? ich sollte mich erst einmal vorstellen mein Name ist Hamian ich bin Bootsbauermeister und Besitzer dieser bescheidenen Werkstatt es ist mir auch unangenehm einfach die Menschen zu belästigen aber wir haben keine Aufträge baut ihr nicht gerade ein Boot? ein Auftrag von unserem guten Fischer Simon wäre er nicht, hätte ich meine Männer jetzt schon entlassen müssen so kommen wir noch eine gute Woche über die Runden mein Auftragsbuch ist dann leer das sind aber wirklich nicht deine Probleme entschuldige da hast du recht was baut ihr hier für Schiffe? kleine bis mittlere Schiffe meistens sind es Jollen für die Fischer wir bauen aber nicht nur, sondern reparieren auch die Handelsschiffe selbst ein Kriegsschiff haben wir schon in Schuss gebracht an Erfahrung scheint es ja nicht zu mangeln nein, aber ein Geld warum hast du keine Aufträge? die Angst geht um niemand traut sich auf die offene See mehr seitdem Gerüchte über Seeräuber laut geworden sind und da keine Schiffe mehr aus dem Königreich kommen scheint das auch jeder zu glauben erzähl mir mehr ja normalerweise kriegen wir hier im Hafen oft Besuch von den livanischen Handelsschiffen oder den freien Händlern meistens werden die königlichen Handelsschiffe auch von Kriegsschiffen begleitet doch es sind jetzt über sechs Monate her dass uns kein Schiff mehr besucht hat und keiner weiß was los ist ich beginne jetzt auch schon an die Seeräuber zu glauben da muss es aber eine Erklärung geben ja, wir sind ja auch gesunken ich habe aber schon wieder vergessen was im Prolog passiert ist also gesunken ja, aber warum weiß ich nicht mehr war das ein Sturm? ich glaube schon, ne? Triminalitäten, das haben wir schon mal gelesen auch schon gelesen kein Wasser weit und breit kein Wasser weit und breit sagt er, ne? wir sind ja nur am Meer Chronik Teil 2 Oranien versucht sich Asun einzuverleiben was die hiesigen Orks nicht kampflos hinnehmen wollten der erste Orkkrieg begann Beria offenbarte sich der Welt und erwählte einen Drachen auf Asun als seinen Avatar, der die Orks unterstützte ebenso wurde ein Mensch aus der Widerstandsbewegung gegen Oranien ein zweiter Avatar des Gottes der Krieg an zwei Fronten konnte Oranien nicht gewinnen sodass nur Adanos in seine umkämpfte Welt eingriff und den Menschen seine Runenmagie zum Geschenk machte der Drache wurde als Avatar Berias entmachtet eine langwährende Hatsituation entstand auf der Welt was soll denn das S sein? boah, weiß ich nicht auf der Welt sollte ein Portal erbaut werden welches direkt mit der Sphäre von Beria in Berührung steht und in der oberten Stadt Sarantis wurde begonnen die nun blopp, I don't know Ich nehme das gleiche nochmal Oh, hier ist noch eine Leiter Wasser, Wasser, Wasser geht auf wird Ha! Wasser braucht es denn es würde nur Bier und ähm ich komm jetzt wieder runter wenn ich springe Bier und Wachäuler würde es mitnehmen Da angelt einer. Ob ich auch angeln könnte? Das ist der Simon, oder? Oh, danke sehr. Das hätte mich echt interessiert, ob ich da rüberkomme. Aber nicht jetzt. Ich muss noch diesen komischen Hesun, oder wie der heißt, finden. Und Jaromon, oder so. Ja, genau so hat er es gemeint. Warte, hier hocken die. Ach, guck mal. Ja, guck mal. Die zwei Turtel-Täubchen. Hier sind die also hingeflohen. Hier kommen sie halt nicht weg, ne? Ja, guck mal. Bis zum nächsten Mal.